Ich kacke schon mit den Hufen, ehrlich gesagt. Ich hab's extra mitgebracht, weil das ist so toll. LOL. Es gibt ja wirklich wunderbare Koks, die man blasen kann. Was möchtest du mir jetzt... Ja, ich wollte jetzt mal über Blasen reden. Nee, nee. Also ich hab natürlich nachgeguckt. Spekulari heißt Spekulari und Blasen. Eine auf Gewinnerzielung gerichtete Geschäftstätigkeit. Warum kann man denn in so einer Sendung, wo der Moderator sowieso kacken muss, nicht den Stuhl bitte schön da lassen, wo er hingehört. Ich schweiße jetzt mal darauf. Da gibt es so Geschichten, dass zum Beispiel offenbar ein Gast in irgendeinem Gasthaus nahm in der Küche eine Zwiebel und nahm die Zwiebelschiss auf sie und machte sich diese Zwiebel zu einem Teil seines Salates. Wie sich dann rausstellte, hat er auf eine der teuersten Tulpen Zwiebel geschissen, die die Amsterdamer zu der Zeit kannten. Wahnsinn. Also eine unglaubliche Spekulation. Nun, 1637. Ich kann irgendwie nicht kacken. Da schlägt es selbst einem Astronomen fast, die verschlägt es mir fast die Sprache. Kacke, wenn Scheiße auf den Straßen fließt. Aber jetzt... Jetzt blase nicht Benny ein ... Blasen. Find ich …